hallo freunde und wieder gehen wir sondeln heute schönstes wetter aber kalt sehr kalt wir hatten heute nacht minus 8 grad und es ist immer noch im minusbereich hier obwohl es langsam anfängt zu tauen schaut hier ist der rauch reif gibt natürlich wunderschöne bilder hier die sonne sie scheint und erwärmt den boden langsam und dann wollen wir mal schauen ob was geht ihr seid dabei finde ich prima ja der winter ist nun da auch ohne schnee egal es wurde auch langsam zeit also ich freue mich drauf auch wenn wir dann natürlich beim sondeln sehr eingeschränkt sind aber der winter gehört halt einfach dazu und ist mir persönlich auch sehr wichtig und da schaut da unten liegt unsere wiese die wir besonnen werden die sonne lässt den dampf aufsteigen die feuchtigkeit wird zum hochnebel aber für uns ist das glaube ich eine sehr gute ausgangsbasis das ist die wiese die wir besonnen werden mit sicherheit nicht auf einmal und wie kalt es ist kann man hier sehr schön sehen die pfützen sind gefroren die oberfläche oberfläche ist gefroren und er gibt schöne muster nach wollen wir mal hoffen dass wir nicht erfrieren und ja ich würde jetzt sagen wie immer bis zum allerersten fund und hier ist er der allererste fund da handelt es sich um ein stimmblättchen fragment einer munter monika der allererste fund für heute der boden ist leicht angefroren was eigentlich sehr schön ist man kann auch sehr schön graben man kriegt die erde auch einfacher raus hier habe ich schon hier ist es schaut sieht aus wie ein smiley wie ein trauriger smiley aber nur die hälfte davon oder wie ein halbmond auch ein trauriger mit einem kleinen schnurpsel oben auf dem kopf und schaut da sitzt das drin so leicht rötlich wollen wir mal gucken was es ist hier rote erde das deutet auf rost hin auf eisen und hier weihnachtliches stagnopapier klasse ein nagel ein winzig kleines bleigeschoss ein kroni di corco ein flinken geschoss oder blech scheiß eine kleine patronen hülse die ummantelung von einem bleigeschoss nummer drei und noch mal ein bleigeschoss ja hier steckt es drin und es sieht aus wie eine plombe wie eine bleihplombe ist es auch ja komisch monatelang finde ich gar nichts in dieser richtung und das letzte mal schon zwei jetzt wieder eine aber an zwei ganz verschiedenen plätzen ist auch interessant aber ich glaube steht das drauf muss ich aber noch mal genau angucken und zeigt euch gleich wieder ein super signal und hier schlägt er an der pinpointer und hier sitzt sie eine ganz kleine münze ich denke aus kupfer aber total verdreckt ich weiß gar nicht ob man überhaupt noch was sehen kann oder ob es sich um eine münzleiche handelt ich mache sie zu hause sauber und zeig sie euch ja und hier haben wir ihn den ersten richtig guten fund für heute ein knapsken und zwar ich glaube auch noch mit intakter öse schaut klasse hey schaut euch das an ein super schöner alter armeeknopf denke ich toll so einen habe ich ja schon mal gefunden allerdings glaube ich ohne öse und der ist ja echt in einem tollen zustand klasse so muss es sein das motiviert auch für die nächste zeit die man jetzt wieder unterwegs ist denn bis jetzt war es ja noch nicht so toll aber was nicht ist kann noch werden wieder mal ein eisenstück denke ich oh ja oh was ist denn das eine scheibe eine rote äh eine runde das rote ist wohl rost ja schaut eine ja weiß ich auch nicht wahrscheinlich alte unterlegscheibe aber man kann immerhin durch gucken so hier war wieder ein schönes signal aha hier schlägt er an hier muss es drin sitzen da sitzt es drin aber schaut hier hier ist es da sitzt es da sieht man die schöne patina schaut ich denke ein reichsfennig man kann den adler auch sehen da ist der abdruck und hier ist der pfennig und hier noch ein paar tiefgefrorene pilze ein paar schwammerl aber nicht mehr zum verzehr geeignet die frieren sich hier den arsch ab so wie ich auch naja ist man wenigstens nicht allein so freunde das war es für heute wieder nicht so exzeptionell viele funde jetzt muss ich die gefundenen sachen erstmal sauber machen und zeigt sie euch dann gleich leute ich wünsche euch alles gute eine gute zeit den sondern wie immer schöne funden schönes wetter und ich würde mich sehr über ein ihr wisst es die sondenfrau übrigens auch und wir sehen uns demnächst wieder wenn es heißt mit sonden an die auf der pürs macht's gut ich sehe sie und Musik Musik